Bist du vielleicht sauer auf eine bestimmte Person oder auf mehrere, über die du nicht hinwegkommst oder nicht hinwegkommen willst? Dann lass uns mal anschauen, woran das liegt und wie du den Menschen wieder eine Chance geben kannst, wenn du das willst. Und für deinen Seelenheil hoffe ich sehr, dass du das willst. Erst, wenn wir einen bestimmten Menschen wiedersehen, verbinden wir sofort ein inneres Bild mit ihm. Wir haben eine Erfahrung mit diesen Menschen gemacht, irgendwas ist vielleicht vorgefallen, das können natürlich auch schöne Sachen gewesen sein. Und so haben wir uns von diesen Menschen ein Bild zusammengeschustert. So ist er oder so ist sie, denken wir dann. Das passiert meist unbewusst, wir haben diesen Gedanken also nicht klar im Bewusstsein, sondern wir begrüßen diesen Menschen vielleicht, wenn wir überhaupt noch mit ihm reden. Oder wir ignorieren ihn oder verhalten uns in einer ganz bestimmten Weise, weil wir eine vergangene Erfahrung mit ihm haben. Und wenn wir so agieren, sitzen wir in der Falle des Egos. Denn auf diese Weise können wir niemals einen Menschen wirklich so sehen, wie er ist, weil er vernebelt ist von einem Bild, was wir uns von ihm gemacht haben. Es hängt also im Grunde vor deinem Gewahrsein, dieses Bild, diese Projektion des Menschen, wie er angeblich zu sein hat oder wie er deiner Vorstellung nach ist. Und somit kannst du natürlich nicht freundschaftlich und liebevoll, voll verbunden mit dem Menschen umgehen, außer du glaubst, dass es ein liebevoller Mensch ist, weil du ihn ja so schon kennengelernt hast. Du machst also Unterschiede zwischen den Menschen und siehst nicht den göttlichen Kern, der aus jedem Menschen leuchtet, sondern du beurteilst den Menschen, Gottes Kind im Grunde, nach seiner Maske, die er zu tragen scheint. Er oder sie. Und so bleibst du in einer schmalen Gewahrseinswelt mit Ängsten und Urteilen und einer Vorstellung davon, wie es vielleicht sein könnte, wenn du diesen Menschen demnächst wieder mal triffst. Das kann auch dein Chef sein, eine Autorität oder irgendwer sonst. Oder die Einladung zu einer Feier, wo du gar keine Lust zu hast hinzugehen, weil du denkst, ich habe überhaupt keine Lust darauf, den wiederzusehen. Den mag ich nicht oder die mag ich nicht. Weil du dir ein Bild von diesen Menschen gemacht hast. Und um das abzustellen, um wieder liebevoll sein zu können und den Menschen eine Chance zu geben, ist es sehr hilfreich, den Mechanismus vollständig zu durchschauen, der dahinter steht. Das Ego sagt natürlich sofort, ich habe Recht, ich weiß genau, wie der tickt, dass ein Übeltäter, mit dem will ich nichts zu tun haben. Auf diese Weise übersiehst du vollkommen den göttlichen Kern. Auf diese Weise übersiehst du auch, was du selbst bist, weil du dir auch ein Bild von dir selbst zurecht geschustert hast. Da habe ich schon ein anderes Video dazu gedreht, das kannst du dir mal bei Zeiten anschauen. Und durch diese falschen Bilder und Selbstbilder sind wir gefangen in der Urteilswelt des Egos. Da sitzt ein strenger Richter, der glaubt, wie alles gewesen ist, wie alles ist und wie alles sein wird. Der Mechanismus, der dahinter steht, ist im Grunde ganz leicht, wenn man ihn erst einmal durchschaut hat. Es funktioniert im Grunde so, du machst dir ein bestimmtes Bild von einem Menschen, den du mal getroffen hast und dein Verstand, dein Ego tut folgendes. Er nimmt dieses Bild und transportiert das Vergangenheitsbild auf die sogenannte Zukunft. Also du sagst dann innerlich in dir, ich weiß genau, wie der Mensch ist und wenn ich ihn oder sie treffen werde, später mal, wird er genauso reagieren und genauso sein, wie ich ihn kennengelernt habe. Und deshalb habe ich schon jetzt keine Lust mehr, mich mit diesem Menschen überhaupt zu befassen. Und das ist ein altes, konditioniertes Muster und da steckt auch gar kein Vorwurf drin, das ist auch keine Schuld. Es ist einfach so passiert, wir haben das so anerlernt, bekommen auch und uns auch uns selbst so zurechtgelegt, damit wir scheinbar besser in dieser Welt zurechtkommen. Wir wollten uns selbst einordnen, uns irgendwo hinstellen und auch mal, weil wir Lust dazu haben, Widerstand leisten. Widerstand leisten gegen den Rest der Welt, damit ich dann weiß, wer ich bin. Und dazu ist es auch immer notwendig, aus Sicht des Egos zu urteilen. Du versuchst also, da ist die deutsche Sprache wieder sehr weise, das Ur, also das Sein, zu teilen, was unmöglich ist. Du willst also das eine in verschiedene Fragmente zerlegen, in verschiedene Figuren meistens, weil du dich am besten aufregen kannst, wenn es um andere Menschen geht. Was meine Kollegin wieder gemacht hat, was mein Kollege gemacht hat oder meine Schwiegermutter oder meine Frau oder mein Mann oder sonst wer. Leute, die mir meist relativ nahe stehen, regen mich am meisten auf. Und Leute, die mir am nächsten stehen, von denen glaube ich, dass ich am getrenntesten von denen bin, dass die am unterschiedlichsten sind, dass die Leute, die mir am nächsten stehen, mich am meisten ärgern können. Da stimmt schon irgendwas nicht. Erkenne also den Mechanismus deines Verstandes, ein altes Bild zu nehmen, auf eine sogenannte Zukunft zu projizieren, die es gar nicht gibt, und dann zu sagen, so ist es und daran festhalten zu wollen. Denn dass du das tust, ist ein Kontrollzwang. Da steht ein Wahn dahinter, dass du alles unter Kontrolle haben musst und genau wissen musst, welche Schublade welcher Mensch passt. Dann glaubst du, bist du sicher. Doch seltsamerweise öffnen sich manche Schubladen von selbst, die Bilder springen heraus und greifen dich an. Und das ist deshalb so, weil ein Ego und andere Egos nie in Frieden sein können, weil sie immer wieder Stand und Konflikte brauchen, damit sie sich von dieser negativen Energie ernähren können und wachsen und gedeihen können oder zumindest ihren Standpunkt festigen können. Doch immer leben sie in Furcht und in Angst, manchmal haben sie es vergessen, dass sie ängstlich sind, doch es kommt jede Sekunde wieder, hochgekrochen, in verschiedenen Formen, Depressionen, Ärger, Sorgen, Kummer und so weiter. Das ist alles die Angst des Egos, vernichtet zu werden, wenn es keinen festen Standpunkt hat. Gib den Menschen eine Chance. Vergiss diese alte Kamelle, vergiss diesen alten Verstandestrick, den Ego-Trick, ein altes Bild in die Zukunft zu projizieren und zu sagen, ja, ich weiß genau, was geschehen wird, denn dann lebst du immer nur in der Vergangenheit. Die Zukunft ist also das Gleiche wie die Vergangenheit. Aha, du lebst in etwas, was es nicht gibt. Die Vergangenheit ist vergangen und die Wahrheit ist, dass du überhaupt nicht weißt, was demnächst passiert. Du hast absolut keine Ahnung und das ist wunderbar so. Denn das Leben ist eine fortschreitende Entwicklung, von der niemand genau weiß, was passieren wird. Es ist nicht alles festgeschrieben. Es entwickelt sich dynamisch, aber immer liebevoll. Vertraue darauf. Betrachte deinen Nachbarn, deine Nachbarin, deine Nächsten, deine Chefs oder sonst wen mit Liebe. Öffne deinen Geist für die neue Begegnung. Lass die alte Kamelle weg und sage nicht, ich weiß genau, wie morgen das Meeting laufen wird. Das wird furchtbar. Du weißt nicht, ob das Meeting furchtbar wird, weil wenn du sagst, es wird schrecklich, es wird furchtbar, da drückt die Sprache das auch schon wieder aus, bist du schon in Angst. Das Gegenteil von Angst ist Liebe. Ich sage es immer wieder. Gehe in das Meeting mit Liebe hinein. Neulich gab es mal ein kleines Erlebnis hier. Da hatte meine Frau ein Videomeeting vor sich mit einer wirklich schwierigen Person. Und sie sagte auch, na, wie das so wird. Und ich habe ihr auch gesagt, betrachte das einfach mal mit Liebe. Sie weiß es natürlich schon selbst. Aber das war nur eine kleine Erinnerung. Und dann geschah dieses Meeting. Es ging stundenlang. Und danach kam sie raus, meine Frau, ganz strahlend, sagte, das ist wirklich toll gelaufen. Das hätte ich ja gar nicht so gedacht. Ja, genauso funktioniert das. Wenn du die Sachen mit Liebe betrachtest, lösen sich die Sachen meist liebevoll auf oder zumindest lösen sie sich wahrhaftig auf oder geschehen wahrhaftig. Gib deinen Menschen eine Chance. Betrachte sie neu. Betrachte sie mit Liebe. Selbst wenn es eine Zicke ist oder ein Zickerich. Keine Ahnung, ob es das Wort gibt. Betrachte es mit Liebe. Tu es um deine Willen. Denn du bist ja der Schöpfer, die Schöpferin dieses ganzen Universums, all dessen, was du siehst und wahrnimmst. Und wenn du dich ärgerst, dich aufregst oder beurteilst, beurteilst du dich nur selbst. Und du weißt auch irgendwo im inneren Kern, dass das Urteilen erstens nicht funktioniert und dass es zweitens irgendwie wieder auf dich zurückschlägt. Du ärgerst dich also nur selbst. Und dann hast du dann die Wahl. Will ich in Frieden leben oder will ich in Ärger und in Kummer und in Sorge leben? Das ist ja dein Reich, das du dir geschaffen hast. Das Menschenwille ist sein Himmelreich. Das stimmt wortwörtlich. Gib dem Menschen eine Chance. Gib dir damit eine Chance. Betrachte alles liebevoll. Und wenn du das nicht kannst, dann sage ich ganz einfach, fake it till you make it. Du hast so viel Liebe in dir, weil du die Liebe bist. Also kannst du auch Liebe geben und liebevoll schauen. Selbst wenn es dir vielleicht schwerfällt, betrachte das dann als Übung. Betrachte jede Situation ständig, immer mit Liebe. Ohne Ausnahme. Auch eventuell stattfindende Kriege oder irgendwelche Katastrophen. Schaue mit liebevollen Augen darauf, weil dann gibst du auf das scheinbar große Minus der Welt ein sehr großes Plus und dann ist zumindest die Betrachtung deiner Welt neutral. Wenn du aber auch noch ein großes inneres Minus zu dem schon vorhandenen Minus gibst, wird es doppelt Minus. Also es kommt dir dann doppelt schlimm vor, doppelt negativ. Weil du aber die Liebe bist, hast du die Power, die Kraft, das in deinem Gewahrseinsfeld umzuorganisieren. Du weißt, dass die Welt dir auch weiterhin große Herausforderungen stellen wird und dass die Nachrichten, wenn du sie anschaltest, nicht plötzlich total toll sein werden. Das ist klar. Aber du betrachtest es anders. Du betrachtest es mit Liebe. Du weißt, dass alles hier nicht ganz so ernst zu nehmen. Irgendwann verschwinden die Formen, die Situation. Aber du, was du bist in deiner Essenz, die Liebe, das göttliche eine Sein, bleibt für immer vorhanden. Und dieses eine göttliche Sein, der leuchtende, funkelnde Kern, das ist auch dein Nächster, dein Mitmensch. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist eine ultimative Aufforderung, die zu erfüllen ist, damit du überhaupt zum geistigen Erwachen kommen kannst, zu deinem inneren Heil, zu deinem inneren Ganzsein. Es geht überhaupt nicht anders. Entdecke, dass du die Liebe selbst bist, strahle sie aus. Und wenn du die Liebe bist und alles eins ist, muss alles andere auch die Liebe sein. Ist es nicht so? Ich hoffe, du hast verstanden, was hier passiert. Die Vergangenheit ist das Gleiche wie die Zukunft. Es ist eine Erinnerung an etwas, was auch so schon sowieso vollkommen verzerrt erinnert wird. Und dann ist es meist negativ. Und wenn du dann denkst, das passiert mir genauso wieder in der sogenannten Zukunft, also morgen oder übermorgen, dann bist du in der Falle. Wenn du aber sagst, nein, ich bleibe hier und jetzt und gebe jedem und allem in der Gegenwart, jetzt in diesem Moment, die liebevolle Chance, so zu sein, wie es ist, dann bist du gerettet und frei. Und dann bist du gerettet und frei.